Hallo zusammen, willkommen zur letzten und zur alles entscheidenden Serie im großen Euroskat und Skatinsel Rocket Finale 2019. Die Spannung, die hier in der Luft liegt, die ist geradezu mit Händen greifbar, denn natürlich ist das hier gleich am Jahresanfang ein richtiges Turnier-Highlight mit einem sehr saftigen Jackpot. Und zum Glück habe ich ja gerade eine sehr gute vierte Serie gespielt und damit vermutlich den Anschluss an die Spitzengruppe wieder hergestellt. Also über 3.200 Punkte, das ist ein satter Schnitt von 100 Punkten pro Päckchen, den müssen auch die Konkurrenten erstmal spielen. Also ich denke doch, dass ich an Tisch 2, 3 oder 4 jetzt gelandet bin. Und wenn jetzt nochmal richtig was kommt, so eine Serie wie eben noch einmal hinterher, dann kann es auf jeden Fall fürs Treppchen oder sogar für ganz ganz vorne reichen. Und dafür spielst du natürlich Skat, damit du in der Bundesliga, in Turnieren oder wo auch immer du kämpfst, dann an den vorderen Tischen dabei bist und solche Entscheidungen eben ausfechten kannst. Und ja, sagen wir mal so viel vorweg. Bin gespannt, was hier am Ende für mich rumkommt. Schauen wir einfach mal, was eben die Karte jetzt hergibt. Erstes Spiel, naja, 18 kann ich bieten in Mittelhand, aber ich kriege die 20 zu hören und damit bin ich schon raus. Im letzten Jahr habe ich in der letzten Serie ziemlich abgeloost, muss man sagen. Da war ich vielleicht auch einen Tick zu aggressiv dabei. Andererseits war damals auch die Preisstaffelung noch deutlich steiler. Das heißt, da hat es sich vielleicht auch gelohnt, etwas höheres Risiko zu gehen. In diesem Turnier wurde jetzt aufgrund vielfältiger Wünsche der Mitspieler die Preisstaffelung deutlich flacher gestaltet. Das heißt, der Erste gewinnt, glaube ich, 7500 Euro über den groben Daumen, aber dafür gibt es dann auch bis zum 12. oder 13. Platz vierstellige Preisgelder. So, erste Entscheidung hier, gleich im ersten Stich. Mein Partner spielt die Pik 9. Ja, vermutlich ja blank. Und wenn er sie blank spielt, dann ist es gar nicht so schlau, hier mit dem Ass rauf zu gehen, denn dann spiele ich dem Alleinspieler 10 und König hoch. Der legt die Lusche einfach und lacht sich ins Fäustchen. Und mein Partner, der noch wahrscheinlich zumindest mehr Trümpfe hat als ich, hat sich dann selbst auf Trümpf gesetzt. Also in dem Fall ist das blanke Ausspiel vielleicht nicht unbedingt zu unseren Gunsten, aber ich kann das noch ein bisschen regulieren, indem ich hier die Lusche lege. Und es war tatsächlich blank. Das habe ich also richtig vermutet. Und damit sieht der Stich zwar erstmal nicht super cool aus, ist aber genau so, wie er soll. Entsprechend gehe ich jetzt, na, vielleicht ist es ein bisschen zu vorsichtig, aber erstmal nur mit der Dame rauf. Ich denke mal, einen 5-Trümpfer können wir vielleicht schlagen. Und da möchte ich jetzt meine Vollen auch nicht anbieten. Komme mit Trumpf auch wieder ran und öffne jetzt meinem Partner die nächste Farbe. Peak spiele ich vorher von hier aus nicht, solange ich es noch nicht muss. Da wird der Spieler schön alleine mit antreten müssen. Aber jetzt sieht es doch irgendwie aus, als wäre es ein 6-Trümpfer. Dann mache ich hier zwar beide Peakstiche, aber das langt natürlich nicht mit Karo Ass an der Seite und Peak-10-König Lusche war das Spiel dann doch zu stark. Gut, immerhin sind wir jetzt sehr gut aus dem Schneider gekommen. Wenn ich da direkt drauf marschiere, wäre nicht mal das sicher gewesen. Dazu sage ich nichts. 111 Teilnehmer und einige gute Spieler dabei. Ich kenne gar nicht alle Nicknames logischerweise, vielleicht kenne ich ein Viertel nur. Sind schon Top-Leute dabei, aber auch viele, die ich eben, wie gesagt, noch gar nicht gehört habe. Aber jetzt hier ganz nach vier Serien an den vorderen Tischen muss ich wohl schon davon ausgehen, dass wir jetzt, dass da jetzt sehr gute Mitspieler dran sind. Ah, Kreuz Ass mit der blanken 10, 6-Trumpf, Peak Ass auch gleich eingesammelt. Tja, da kann ich mit den vier Trümpfen gar nicht so viel anfangen, davon abgesehen, dass mein Peak-König nicht mal einen Stich macht. Es sei denn, wir kommen hier zu einer Überstichsituation, deswegen suche ich jetzt die blanke Lusche. Na? Ne, hat nicht hingehauen. Und dann ist hier natürlich schon wieder Schicht im Schacht. Gut, machen wir vielleicht am Ende noch ein bisschen Karo und Kreuzstiche, aber das langt natürlich alles nicht mehr. Ja, falsche Lusche beim Alleinspieler. Schade, sonst hätte es noch mal richtig knapp werden können, wenn er die Herz-Lusche statt der Karo-Lusche im Blatt gehabt hätte, aber so war es nun mal nicht. So, hier habe ich 6 Volle. Das erste Mal, dass ich zumindest mal in das Reizgeschehen eingreifen kann, aber meine 18 werden gehalten und dann muss man natürlich sagen, ohne 4, ohne 5, ohne den vierten Trumpf schon in der Flosse ist es leider ein bisschen zu dünn. Gucken wir mal, was Spieler 1 da aufs Parkett legt. Na, der wird natürlich einiges an Buben haben. Das ist schon mal amtlich. Oh, ne, doch nicht. Karo, sicher noch ein dunkler Bube bei meinem Partner, aber dann wird da eben relativ trumpfstark sein. Ja, ach, 6 Trumpf. Hier hat mein Partner gerade den 1-Stich nicht rausgenommen, wäre aber auch nur ein 2-Augen-Stich gewesen. Also das ist verzeihbar. Ja, und dann wohl Pik zu dritt dabei und vielleicht sogar noch Kreuz Ass. Ist aber schon wieder nicht mehr wichtig, tatsächlich. Denn ob wir nun den Stich in Kreuz noch gemacht hätten oder nicht, das langt auch nicht. Wir standen erst auf, ja, wie ihr seht hier 82, also auf 38. Der 21er Stoß in Kreuz, wenn ich da die scharfe 10-Spiel hätte, auch nicht gelangt. Ja, das ist natürlich jetzt noch kein besonders erbaulicher Start in die Serie. Noch kein Spielchen abbekommen. Das ist ja auch ganz normal beim Skat, aber wir haben eben hier auch nur 24 Spiele und da darf die Durststrecke natürlich nicht zu lange gehen, sonst willst du gerade anfangen und dann ist die Serie vorbei. Das sieht ja auch hier wieder souverän aus. Der Trumpf stark spiele ich lieber einfach Trumpf zurück, lass ihn selber kommen. Vielleicht hat er noch in Karo was dabei und mein Partner kann Herz Ass 10 schmieren. Einzige Chance, aber der leere Trumpfzug sieht schon wieder eher aus, als steht da selber in Herz Ass 10, sonst würde er das nicht so spielen. Na gut, Herz Ass König Dame, dann hat er hier noch auf Schneider gezockt, in der Hoffnung die 10 ist blank, war sie aber nicht, also rausgekommen. Fünftes Spiel und ich würde sagen, jetzt muss meine Zeit gekommen sein. Das ist ein schöner Karo-Ansatz, kann sich mit einer guten Findung natürlich auch zum Grang entwickeln, aber ich muss das Ding erst mal reizen und ich komme auch nicht für 27 ran, also muss ich schon auf Hand gehen. Auch komme ich denn für 36 wenigstens ran? Ja, ich komme für 36 ran. Wenn der weiter reizt, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob ich dann noch mitziehen soll. Nulluwehr will er sicher nicht spielen, wo ich zwei Siebener habe oder sehr unwahrscheinlich jedenfalls, also das Ding auf Grang zu ziehen, ist gar nicht so toll. Jetzt spielen wir den Karo Hand und die 36, da hoffe ich doch, dass er Kreuz gereizt hat, ehrlich, und dass kein Bube drin liegt. Das ist natürlich ein Risiko für das Spiel und das wäre ein sehr ärgerliches. Das hat sich hier aber schon erledigt, wunderbar, und damit ist das Spiel gewonnen. Herz 10 wahrscheinlich blank, Trumpf 3, 2. Gucken wir mal, ob vielleicht sogar ein Schneider möglich ist. Ne, das sieht aber nicht so aus. Abwurf wäre raus und so sind sie auch gerade so rausgerobbt. Ja, ich bin der Dritte am Tisch, das heißt Spieler 1 und Spieler 2, die haben ja sicher auch schon ein paar Punkte Vorsprung. Viel wird es nicht sein, aber so eine Nuance muss ich denen, wenn es geht, natürlich auch noch abnehmen. Und das ist natürlich jetzt ganz schön, dass ich hier mal einen wirklich stabilen Ansatz kriege. So, worauf warte ich denn da mit dem Reizen? Drei Buben, Ass 10, König. Ah, Kreuz, Ass 10 noch. Gut, nur Kreuz Bube, sag ich mal, wäre mir lieber gewesen oder ein rotes Ass, aber im Prinzip war das schon eine Premium-Findung. 20 im Keller, drei Abgabestiche. Mal gucken, ob der Schneider möglich ist. Ja, noch bin ich im Rennen. Werfen wir mal auf 18 Augen ab. Es fehlt nur noch ein Voller. Also rauskommen können sie nur noch, wenn jetzt Pik Bube mit dem Karoass beschwert wird. Ne, das wird es nicht, denn das Karoass sitzt auch in der anderen Hand. Also ein 72er-Spiegelgang, ein Verschneider. Damit bin ich doch jetzt auch wieder nach sechs Spielen wieder genau im Soll. 100 pro Päckchen. Das ist eine sehr gute Hausnummer. 208 Punkte. Also immer ein wenig Geduld haben und dann auf einmal ein, zwei, drei Spiele einsacken. Dann liegen wir also auch wieder im Rennen. Das ist ja sowieso das Einzige, was man in so einem Turnier versuchen kann zu vermeiden, sich zu früh abzuschießen, also den Anschluss zu verlieren. Ob du hinten raus noch die richtigen Blätter kriegst, um das Ding tatsächlich zu gewinnen, das kannst du nicht beeinflussen, das kannst du auch nicht wissen, aber du kannst versuchen, im Turnierverlauf stabil zu spielen, solide zu spielen, das Risiko gut zu kalkulieren, damit du hinten raus eben diese Chance hast, vorne mitzuspielen und wenn dann die Karte noch mal kommt, so ein Turnier auch zu gewinnen. Das machen ja viele Spieler falsch. Die gehen einfach ein sehr hohes Risiko ein und das klappt natürlich manchmal, aber nicht immer und viele schießen sich dann quasi, bevor es überhaupt interessant wird, schon ab, toben dann irgendwo im Mittelfeld rum, wo alle anderen auch die Punkte brauchen und dann wird es natürlich nichts mehr. So, Vorhand. Das Ding würde ich natürlich gerne nehmen, aber um welchen Preis? 24 wird mir geboten. Ja, okay, ich zieh das Ding mal durch. Ich zieh es mal durch. Der sechste Trumpf wäre Premium, aber nicht mal das ist mir vergönnt. Ich habe jetzt darauf spekuliert, dass der Spieler 2 vielleicht Karohant mit 2 in Reiz bei 36 dann auch Pause machen muss. Muss er aber nicht. Er kann weiter und spielt den Grang. Na gut, ich denke, das ist relativ einfach, hier eine gute Eröffnung zu finden. Herz Ass scheint einigermaßen alternativlos. In einen Blenker wird man hier schlecht reingreifen und mit Kreuz kann man potenziell ja auch was erschnippeln. Ach, hier von unten zieht er aus. Ass 10, König da mit die große Bellini-Wimmelfinden-Nummer. Aber da fallen wir natürlich nicht drauf rein. Ich glaube, jetzt kommt der erste Moment, wo es für uns was zu schnappen gibt. So ist es auch. Gut, Schneider frei, lässig erreicht. Sieg leider nicht möglich. Ja, mein Partner hätte natürlich Karo Dusche abtragen können, mit dem Zwischenzug noch den dritten Stich in Karo rausholen können. Aber Spielsieg mit 78, also das hätte uns zwar dichter gebracht, aber auch noch nicht gereicht. Wenn es so einen grünen Faden gibt, der sich hier durchs Turnier zieht, dann ist es der, dass an meinen Tischen einfach sehr stabile Spiele vorgetragen werden, im Gegenspiel einfach nicht viel, ich will nicht sagen zusammenläuft, sondern es passiert einfach nicht viel, weil die Spiele meistens zugeschweißt sind. So, hier vielleicht jetzt mal. Pik hat der Spieler geschnippelt. Mein Partner die Zehn und wechselt jetzt die Farbe, also vielleicht die blanke Zehn und dann schätze ich ihn trumpfstark ein. Dann brauche ich also gar nicht Pik König nachspielen. Könnte ich natürlich machen, aber damit würde ich dann den Stich gegen die Dame aufgeben und meinen Partner auf Trumpf setzen. Eieiei, was haben wir denn hier? Das Spiel ist ja wirklich ... Uh, das ist ja ein ganz schwaches Spiel. Ich glaube, den kann er nicht gewinnen. Zwei Kreuz noch dabei, Pik zu dritt, wenn das stimmt, dann ist es auch nur ein Fünftrümpfer. Dann hat mein Partner die Trümpfe dagegen und natürlich jetzt kein Pik mehr. Ja, hier wird schon Trumpf abgezogen. Ganz egal, wie rum ich spiele. Ach nee, jetzt hätte ich natürlich den ... Haben wir ihm noch einen Stich spendiert? Gut, mein Partner hätte auch noch Kreuz weiterspielen können, dann wäre es nicht passiert. Ich hätte Herz Lusche abtragen können, wäre es auch nicht passiert. Aber der eine Stich macht hier den Kohl nicht fett. Auf jeden Fall leicht verloren. Da ist also mal wieder eins der seltenen Gegenspiele, die gebogen wurden. Und gut, das ist für mich natürlich eine gute Nachricht, dass auch der eine Spieler eins hier sich ein bisschen erst mal auch zu kämpfen hat zumindest. Und jetzt habe ich hier auch drei Buben. Bei Karte noch, Kategorie gar nichts. Verseucht, vergiftet. Mal gucken. Ich komme immerhin erst mal ran und da ist der siebte Trumpf. Das ist ja auch der Grund, dass man so ein Ding reizt. Die Chance ist einfach groß, den siebten Trumpf zu finden oder in der zweiten Farbe noch einen stabilen Drilling dazu. Der Siebentrümpfer muss jetzt natürlich funktionieren in so einem Turnier. Der ist ja gut. Mit drei Luschen in der Abgabe. Okay. Herz Ass jetzt zu stechen. Dann droht der Überstich. Wenn ich hochsteche, droht auch bei Trumpf 4 0 oder 3 1 ungemacht. Und ich habe die Pik Lusche noch im Blatt. Also die beste Karte, die ich hier legen kann, ist auf Herz Ass, auf den siebten Herz einfach Pik Lusche abzuwerfen, auch wenn natürlich hinten gewimmelt wird. Problem ist jetzt, sie stehen natürlich jetzt schon auf 39. Also jetzt Trumpf 4 zu 0 kann ich ehrlich gesagt nicht verknusen. Aber das lässt sich auch nicht verkitten, auch nicht verheimlichen. Also jetzt Trumpf Lusche habe ich noch mal kurz überlegt, ob ich, falls ich gegen 4 Trumpf spiele, noch dem Trumpf Mann das Leben schwer mache mit der Lusche. Aber das ist unwahrscheinlich, dass das klappt. Ich ziehe einfach von oben und es funktioniert. Trumpf steht nicht 4 zu 0, sondern nur 3 zu 1. Das war natürlich jetzt wichtig und damit 81 Spiel gewonnen. Ja, das ist natürlich genau eins von diesen Spielen. Ich krieg's für 18 tatsächlich. Ich krieg's für 18. Ich will's natürlich haben und ich will's auch nur mit einer kleinen Reizung haben. Denn nur dann kann ich erstens ankommen und zweitens kann auch noch ganz gut finden. Aber bisher ist es natürlich noch nicht so ganz komplett. Ah, da kommt der 6. Trumpf, der ist einfach Gold wert bei solchen Spielen. So, und jetzt könnte ich auch Karo 7, 9 drücken, aber König zu dritt in der Beikarte ist einfach deutlich schwächer, muss man sagen. Also auch so, klar, auf die Lusche können 21 fallen und wenn dann Karo zu dritt steht, dann wäre es andersrum besser gewesen. Aber grundsätzlich von Start weg hat diese Drückung, glaube ich, einen kleinen Vorteil. Und dann guckt euch das Elend an. Scheiße! 5 dagegen und direkt Kreuz Ass gewimmelt. Das war doch erstmal eine gute Findung und jetzt muss ich hier mal sehen, muss ich kämpfen, wie sich das Spiel entwickelt. Also erstmal gut, dass Kreuz kommt. Da kann ich erstmal einen vollen Verstechen. Was habe ich denn irgendwo gedrückt? Drei Augen oder so? Ne, sieben Augen. 7 plus 18. 25. Trumpf ist jetzt natürlich für mich ein No-Go. Gefährd ich meine Trumpf 10. Greifen wir in Karo, in der Hoffnung da ein bisschen was zu schnappen oder einen Karo 2-2-Stand zu haben. Also bekommen haben wir erstmal das Minimum. So, was hat man gesagt? 25,39. Also jetzt natürlich wieder mit Karo vom Stich. Der steht schon mal 2-2. Ja, und Spieler 2 sollte hier in der Situation natürlich einen Pik vollen auf den Tisch packen, einen Zwischenzug machen. Hat er hier nicht hinbekommen. Darauf habe ich auch spekuliert. Vielleicht hätte ich sogar auf Kreuz Dame König die Pik Lusche abtragen sollen, aber das war mir dann auch zu heiß, was meine Trumpf vollen angeht. Ich habe das schon so ein bisschen geahnt, dass Spieler 2, der Trumpf kurze Mann, der kommt da häufig nicht drauf, dieses Risiko jetzt einzugehen und hier kann ich jetzt die Lusche abschmeißen. Damit sieht es, denke ich, inzwischen ganz gut aus bei 39. Jetzt kommt natürlich noch eine Kreuz Lusche. Muss ich auch noch mal ins Gebet gehen, wie ich die verwalte. Ich muss auf jeden Fall stechen, sonst kann gegebenenfalls Spieler 1, der ja auch noch 4 Trumpf hat, seine Pik volle Wimmeln und ja, er hat eine Pik volle. Schön, schön für mich, denn damit stehe ich auf 52 und kann das Spiel jetzt kontrollieren. Ich spiele natürlich nicht Trumpf. Ich spiele jetzt Karo raus. Spieler 1 hat noch Trumpf Lusche und 3 Buben und Spieler 2 hat aber noch 2 volle und das eine ist Pik Ass. Den kann er jetzt wimmeln und den anderen vollen, den hole ich mir und damit langt es hinten raus. Zum Glück Trumpf 10 gebe ich auf, aber schnapp mir noch Kreuz 10. Also das war jetzt natürlich mal eine kleine Aufgabe, die hätte ins Auge gehen können, wenn Spieler 2 das Pik Ass zwischenzieht. So bin ich da erneut, sage ich mal, dem Tode von der Schippe gehüpft. 20 von meinem Partner. Hat er einen dunklen Buben? Ne, hat er nicht. Gang mit rein. Schauen wir uns hier an. Ach, und einer von der, von der sehr starken Sorte mit Kreuz Ass 10 dabei. Zu viert Herz Ass sogar auch noch dabei. Ja, ich glaube, das war's hier mit der Herrlichkeit. Können wir ob noch was machen? Ne, glaube ich nicht, dass da noch ein Stichpanz drin ist. Deswegen direkt Aufgabe. Mit Schneider zieht Spieler 2 wieder an mir vorbei. Eben noch gepatzt und dann gleich sich so belohnt. So geht's beim Skat. Da hat er wieder 100 mehr. Ah, schade. 20 halte ich noch. Und jetzt wird's natürlich, jetzt wird's natürlich wieder knifflig. Ärgerlich, das Ding. In Vorhand würde man sich vielleicht 0 nicht unbedingt anschauen. Da hat man noch ein paar Ideen auch für einen Gang, wo du mit dem Buben starten kannst. Aber in Mittelhand, ah, das Spiel braucht man einfach ohne Gegenwehr. Dann kann man schauen, was sich da entwickelt. Aber, seriös, auf 22 ist es besser auszusteigen. Und dann muss man überhaupt erst mal sehen, ob der Spieler jetzt hier was gewinnen kann. So, wieder das gleiche Spiel wie im ersten Spiel. Mein Partner öffnet Herz Dahme. Ich vermute blank. Er hat wahrscheinlich auch mehr Trumpf als ich, denn ich habe nur zwei. Also steht der Alleinspieler vermutlich auf Herz 7, 8 König. Kann natürlich sein, dass er auch die Muster hatte, davon zwei zu drücken. Aber wenn ich den Rest in Pik und Karo bei mir anschaue, dann glaube ich das eher nicht. Denn da habe ich ja auch noch Stärken. Also wechsle ich die Farbe, um beide Stiche später einzusacken. So, 14, Trumpf raus, 21 und weitere Klärungszüge, Überprüfung der Hypothese. Und das sieht gut aus. Er sticht hier vier Augen. Ja, dann hat er vielleicht den Herz König zu dritt und das Pik Ass blank beim Sechstrümpfer. Das ist eine Option. Und mein Partner hat sogar hier noch das Trumpf Ass zurückgehalten. Na, das ist doch großartig. Zieht jetzt den Buben. Alles klar, ich war schon am Überlegen, aber Pik 10 gehört hier, denke ich, erst mal rein. Dann habe ich mit Karo, was meinen Partner an sich nachspielen muss. Er hat ja kaum was anderes mehr. Kann ich das Ass rauflegen? Spieler wird zum Stechen gezwungen und ich habe hier die beiden Stiche in Herz, sammle noch ein paar Bilder ein. Herz König, Karo König, Dame und damit ein leichter Sieg für uns. Also auch wichtig, immer die 40 Punkte, die da am Wegesrand liegen, aufzusammeln. Also spielentscheidend, dass ich da im zweiten Stich die Farbe wechsel. Und das sieht natürlich wieder sehr vielversprechend aus. Das langt eine gute Karte, dann wird es ein Krang. Karo Ass langt auf jeden Fall. Ja, hat sogar eine kleine Schneider-Chance, wenn jetzt in Herz nicht gleich 21 fallen, wenn Pik ordentlich steht. Aber den Zahn haben sie mir gleich gezogen. Spieler 1, der geht hier gleich auf Schneider frei und hat das erfolgreich hingekriegt. Pik steht ordentlich. Da gebe ich keinen Stich ab. Ja, und jetzt denke ich hier natürlich gerade nochmal drüber nach, ob Karo von oben gegen eine mögliche blanke Karo 10 doch noch Schneider sein kann. Kann aber an sich nicht sein. Die Wimmlungen sprechen dagegen und im Übrigen macht dann Karo Dahme einen Stich. Es sind noch weitere Folgen unterwegs. Also das wäre nicht gegangen. Das war schwer vorstellbar. Also mit 89 den Grang gewonnen. Sind aber auch 48 plus 50 98 Augen. Und jetzt kommt die Karte ja richtig in Wallung, muss man sagen. Ein Anschlussspiel, wenn ich es denn bekomme. 30 würde ich es mal allemal reizen auf Herzhand. Ah, ich kriege es für 20. Findung Kreuz König Karo 10 kann ich wieder drücken. Also ein Herz Cookie. Aber 14 Augen im Keller ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Dann bin ich jetzt schon bei 35. Alles steht artig. Das denke ich mir zumindest, wenn dann auch die vollen angeboten werden. Spricht erstmal nicht so viel dafür, dass das Spiel noch schwer werden könnte. Gut, da werden wir die Lusche los. Okay, vielleicht ist der Preis, dass er jetzt überstechen kann. Und den kann ich auch eigentlich schon hoch festhalten, habe ich mir hier offenbar gedacht. Bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, ob das die ideale Lösung wäre. Wenn da vier Trumpf stehen, dann kann er Pik abwerfen. Aber es war hier letztlich in Ordnung. Ich habe gezockt, dass ich hier das Spiel noch irgendwie Schneider mache. Und das hat auch hingehauen. So, 622 Beispiel 15. Also im Prinzip läuft das Ding für mich. Es läuft. Es sind noch neun Spiele. Es muss natürlich noch so weitergehen. Aber ich bin immer noch im Rennen. Es kann hier noch alles werden. Ganz nach vorne aufs Treppchen könnte ich noch stürmen, wenn das denn so weitergeht. Die Karte ist also noch heiß. Und dann müssen wir natürlich zwischendrin auch mal in den sauren Apfel beißen. Und zum Beispiel hier so ein Herz mit 4 wollte ich erst sagen. Aber mein Partner hat noch den Kreuzbuben. Ein starkes Herzspiel wieder mit. Drei untern Jungs, sieben Trumpf, Seitenass. Na gut. Das ist für Spiele 1 natürlich auch wichtig, dass er nicht komplett abgestraft wird. Und was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Jetzt wird es aber langsam richtig warm hier. Jetzt wird es richtig schön. Das sieht ja aus wie ein Monster-Grang. So, machen wir den jetzt aus der Hand. Diese Karo 10, da können 24 fallen. Wir haben eine kleine Gegenreizung. Pik König. Ne, ich glaube, ich guck. Das ist mir jetzt eine Nuance zu dusselig, jetzt mit drei Stichen hier so ein Grand Hand zu basteln. Dann lieber einmal reingucken. Meistens ergibt sich ja dann durch die Findung auch nicht nur die Sicherheit, sondern auch eine Schneiderschance. Und dann sind die 24 Augen auf dem Weg wieder reingeholt. So, Karo Dame gefallen. Wenn da noch ein weiterer Karo sitzt, ist mein Schneiderplan intakt. Wenn nicht, dann wird es wohl eher nichts damit. Kreuz sitzt auch nicht gut. Also gehe ich jetzt Karo raus. Und das hat ja hingehauen. Wird direkt das Ass rausgenommen. Also, vielleicht hätte ich am Anfang statt Pik Bube besser Kreuz Bube gezogen. Dann hätte sich die Karte ein bisschen anders geklärt. Aber so war auch alles Paletti. Und jetzt stehe ich bei Spiel 17 schon auf 768. Es kommen noch sieben Spiele. Ich sage mal so, zwei schöne Spiele noch abbekommen auf 1000 Punkte. Dann geht sie ab die Post. Erste Chance im 18. Spiel. Ein bisschen dünn, aber für 22 würde ich ihn nehmen gegen ein einfaches Herz. Mit allen Optionen den sechsten Trumpf zu finden. Aber es wird gehalten. Und es kommt ein Grang dabei raus. Oh, der kann ja auch mal interessant werden. 42. 57. Jetzt noch ein weiterer Stich. Schade, dass die Herz Dame nicht dabei war. Der Spieler hat jetzt natürlich auch Lunte gerochen. Na, eigentlich kann er nichts mehr in der Abgabe haben. Sonst wäre es kein Grang. Ne, er hat vier Kreuz dabei. Wenn jetzt noch Kreuz König zu dritt steht, dann ist es passiert. Ansonsten konnten wir in drei Stichen eben nicht mehr als 57 machen, weil der Spieler nur drei Herz Luschen in der Abgabe hatte. Wenn er Herz Dame im Blatt mit dabei hat, dann ist er sofort auf 60 rasiert nach drei Stichen. Also Spieler 2 hält den Anschluss. Der liegt auch gut im Rennen. Das ist also hier noch die weitere Geschichte, die ich versuchen muss, soweit ich es überhaupt beeinflussen kann, im Blick zu halten. Wäre gut, wenn ich also die 100 Punkte Vorsprung vor Spieler 2 ins Ziel retten könnte. Und macht Spieler, wo ich schon nichts bekomme, ist natürlich okay. Macht Spieler 1 das Spiel, der schon abgeschlagen ist. Hilft aber alles nichts, wenn wir versuchen, wieder 40 zu angeln. Mitleid ist einfach nicht angebracht beim Skat. Mal erwischt es dich, mal erwischt es den anderen. Dass das Spiel ein perverses Schweinespiel ist, wissen wir auch alle. Oder zumindest eins sein kann. So, gleich mal 28 Augen abgegriffen auf Kreuz und jetzt kommt Pik Ass. Und ich sag mal Hup, rein damit. Wenn das Ding läuft, dann stehen wir auf 49. Da gehe ich also keine faulen Kompromisse ein. Pik muss er auch noch bedienen. Gut, ehrlich gesagt sieht es dann natürlich nach einem 7-Trümpfer aus. Oder vielleicht hat er tatsächlich einen 6-Trümpfer mit 4 faulen. Dann dürften wir wahrscheinlich ihn an den Eiern haben. Ja, jetzt sticht er. Also wenn er 7-Trümpfer hat, dann braucht mein Partner noch die Trumpf 10. Pik Bube mit Trumpf 10, das würde den Sack zumachen. Ah, es ist nur Trumpf König. Ja, Feierabend und hat nicht ganz gereicht. Wie eben auch. Wir sind weit gekommen, aber wie beim Gang davor 63 für den Alleinspieler. Wir haben alles rausgequetscht. Okay, das ist nicht besser zu spielen. Das ist nicht zu ändern. Das war vorgegeben. Da kommt ein Gang, 22er Reizung. Pik Ass könnte bei meinem Partner sein, das ist auch der Fall. Na ja, Buben kommen aber verteilt. Und da haben wir es. Karo wäre besser gewesen. Angriffszug. Pik war die eine Option auf die Reizung, falls mein Partner vielleicht tatsächlich 2 Buben sogar hat. Oder Karo Dahmer als Angriffskarte gegen Karo Ass 10 Lusche. Da hätte mein Partner einmal stechen können. Also das war jetzt hier noch nicht perfekt getroffen in dem Fall. Spieler zieht durch, kommt auf 75. Gut, wird wahrscheinlich ihm auch sonst reichen, muss man sagen. Aber wird natürlich deutlich knapper. Er hat natürlich hinten raus sonst Optionen auch noch auf die Zehner zu schnippeln. Aber gut, so ist es gelaufen. Und jetzt ist wieder Spieler 2 dran. Und jetzt läuft mir doch so ein bisschen, ja, rennt mir hier die Zeit durch die Finger, beziehungsweise die Karten geben aktuell einfach nichts her. Das musst du eben auch aushalten. Ich habe bisher, glaube ich, habe ich mich gut aufgestellt, gute Entscheidung getroffen und bin ganz vorne irgendwo dabei. Aber wie weit vorne? Das wird sich jetzt noch in diesen letzten Spielen entscheiden und da geht es dann letztlich eben auch um diese Nuancen, um das Kartenglück im richtigen Moment. Das ist ja klar, dass das beim Skat auch immer mit dabei ist. Und was haben wir denn hier jetzt von Spieler 2 für ein Spiel? Zweimal die bestellte 10. Die eine hat er noch heimbekommen, die zweite aber nicht. Jetzt konnte ich schön laden. Also ich glaube, das müsste für uns reichen. Ich bin hier gerade noch mal am Durchrechnen, ob der Überstich jetzt besser ist oder der Abwurf. Wahrscheinlich tut es sich nichts. Er wird ja 2 Karo gedrückt haben, anders ist es gar nicht plausibel, dass er zweimal auf 10 Lusche steht. Deswegen kann ich jetzt hier also genauso gut auch die Karo Lusche abtragen. Und dann hole ich jetzt eben das letzte Bild mit dem Peak Buben ab. Gut, ehrlich gesagt, anders wäre es ein Tick solider. Wie ich mir das hier so anschaue, habe ich meinem Partner noch mal die Chance gegeben, da irgendeinen Quatsch zu machen. Aber gut, war vielleicht in der Situation nicht ganz entscheidend. So, jetzt habe ich die 800 überschritten und Spieler 2 auf die Matte geworfen. Also an sich perfekt. Jetzt noch 3 Spiele Chance. Mittelhand. Ja, ja, ist knapp. Aber jetzt will ich es natürlich wissen. Jetzt will ich es natürlich wissen und deswegen teste ich auch die 18. Bin aber gehalten. Und weiter austesten will ich hier mein Glück noch nicht. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es kommen noch 2 weitere Chancen für mich. Erfolgreich geschnippelt. Ja, vielleicht am ehesten Herz hoch rüber, wenn mein Partner das Ass hätte und dann mit dem Peak Buben Karo Ass 10 abstechen. Hat aber nicht sollen sein. 6 Trumpf, 8 und Karo Ass 10. Also er hat gar nicht geschnippelt. Er hat Karo Ass 10 König in der Hand plus Herz Ass. Also ein Spiel ohne Bauchschmerzen. 6 Trumpf und eine ganz geschlossene Ballkarte. Da konnten wir natürlich nichts bei machen. Schneider für Spieler 2. Der muss sich natürlich auch erstmal von dieser Niederlage ein bisschen erholen. So, und jetzt im 23. 2 Ass 2 Buben Vorhand mit Kreuz Buben. Kriege ich das Ding jetzt für 18? Nee, wieder nicht. Wieder nicht. Na, wenn ich es für 18 nicht kriege, dann werde ich es für 20 auch nicht kriegen. Und ich habe 2 7er im Blatt. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch kein 0 werden. Eher ein Kreuz. Tja, da greifen meine Sicherheitsinstinkte wieder. Und dann wird es doch ein 0. Gut. Da könnte natürlich was gehen. Ich habe sofort einen Blanken. Ich habe selber 2 7er. Gut. Das ist natürlich erstmal nicht so wie erhofft. Bleib erstmal am Spiel. Herz rüber ist eine Idee. Spiel bitte selber mal deine kurze Farbe. Ich denke mal, ich kenne inzwischen 9 Karten. Das sind 4 Herzen, wie es ausschaut, und 5 Kreuz. Dann hat er eben nur noch eine unbekannte Karte. Und da versuche ich jetzt hier mit der Karo 7 meinem Partner das Zeichen zu geben. Wenn der die Wahl hat zwischen Pik 8 und Karo 8, dann möge er bitte die Pik 8 treffen. Ist natürlich wahrscheinlicher, dass der Spieler dann in einer blanken 9 steht etwa, als in einer blanken 10. Soweit also die Überlegung. Letztlich ist es geraten. Ja, ja, ja. Ah, es war doch die Karo 8. Also das Zeichen ist bei meinem Partner angekommen, aber das Spiel war wieder zu gut. Es ist nur die blanke Karo 8 hier, die faul war. Also auch damit nichts zu machen. So, eine Chance noch. Und Spieler 2 tobt auch wieder los. Wenn der noch einen kriegt, dann ist er auch wieder an mir vorbei. Und da ist es passiert. Es kommt hinten raus sieben Spiele lang nichts mehr bei mir vorbei. Ich brauche mich nicht beklagen. 800 ist ein sehr gutes Ergebnis, um die Liste abzurunden, das Turnier abzurunden. Über 4000 Punkte habe ich damit zu Buche stehen. Das wird für eine ordentliche Platzierung reichen, aber es wird nicht für ganz vorne reichen. Da hätte ich noch ein oder zwei Spiele mehr gebraucht. Dann wäre alles drin gewesen. Und jetzt geht noch ein guter Gang nach Vorhand zu Spieler 1, der damit gar nicht mehr so viel anfangen kann. Na sicher nimmt er die Punkte auch noch mit. Ein paar Platzierungen sind das allemal. Aber für den geht es nicht mehr um die ganz große Wurst. Und gut. Dann ist das Turnier vorbei. Dann ist das Turnier gelaufen. Ich habe den Tisch gewonnen. Habe Sicher-Spieler 1 und Spieler 2 hier noch überholt. Das sollte hingehauen haben. Und jetzt fällt die Anspannung auch von mir ab. Und jetzt heißt es einfach warten. Warten, bis die anderen Tische fertig sind. Warten, bis das Turnier abgerechnet ist. Und dann mal schauen, was passiert. In dieser Phase fühle ich mich wie so der kleine Krieger des Skates. Den guten Kampf gekämpft. Manöverkritik natürlich auch möglich. Ich habe den Ball sehr flach gehalten. Bin keine unnötigen Risiken eingegangen. Im Nachhinein kann man natürlich leicht sagen, dieses oder jenes Spiel noch etwa reizen. Oder diesen oder jenen dann doch als Gang machen. Aber in der jeweiligen Situation habe ich, denke ich, für mich gut und richtig entschieden. So. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, was dabei rauskommt. Ich zähle bis ... zähle ich von vorne? Ne, wir machen mal Countdown. Und 3 und 2 und 1. Und da ist es. Das offizielle Endergebnis des Skat-Insel- und Euro-Skat-Rocket-Finales 2019 gewonnen hat. Mit 4.630 Punkten und einem sensationellen Spielverhältnis von 46 zu 1 Spielen. Paula die Erste, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Paula die Erste belohnt sich mit einem Preisgeld von fast 7.500 Euro. Gefolgt auf den Plätzen von VfL und Bambo. Ja, und wo bin ich gelandet? Ariel, die Meerjungfrau, auf dem sechsten Platz. Also auch das eine sehr gute Platzierung. Das Jahr geht richtig gut los mit einem satten Preisgeld. Wobei ihr hier sehen könnt, es braucht sich keiner beschweren. Bis zum 12. Platz gehen die vierstelligen Preise runter. Und auch danach ist es ja noch mehr als ein kleines Taschengeld, was die Platzierten hier geschnappt haben. Keiner ist leer nach Hause gegangen. Und trotz alledem freue ich mich besonders für Paula die Erste. Denn man kann es vielleicht schon so sagen, es hat nicht jeder Paula die Erste auf dem Zettel gehabt. Ich selber weiß zwar nicht, wer sich hinter dem Nick verbirgt, aber es gibt hier eine ganze Menge Topspieler im Feld. Und alle mussten sich jetzt hinter Paula einreihen, sage ich mal. Ja, ich selber habe in der dritten Serie übrigens das Vergnügen gehabt. Spieler 1, fast 1200 Punkte, ein Megalauf. Das war Paula die Erste. Also ihr habt auch eine Serie des Siegers hier gesehen. Ja, dann bleibt mir abschließend noch zu sagen, erstens mal, wenn ihr jetzt hier mitgefiebert habt bis zur letzten Minute, das hättet ihr natürlich nicht gebraucht, denn das Ergebnis ist öffentlich einsehbar. Link packe ich euch nochmal hier unten in die Beschreibung. Steht also schon seit letztem Sonntag fest. Und damit kann ich dann noch sagen, nach dem Rocket ist vor dem Rocket die Saison 2020, ist natürlich längst im vollen Gange. Jede Woche wird gespielt um den Einzug ins erste Monatsfinale. Der Jackpot ist schon wieder stark am wachsen. Also seid dabei, es ist ein schönes Turnier. Es macht richtig Laune hier mal, um die fetten Kartoffeln mitzuspielen. Und wenn es dann noch vom Erfolg gekrönt ist, dann bringt es Doppelspaß. Damit sage ich Tschüss, bleibt dran und wie immer gut bleibt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020